Kapitel 5 ein Smog Hier los Hier soll ich noch nicht lang, dann gehe ich hier noch nicht lang, oder? Ach doch, komm, mal gucken Oh, Badezimmer, Badezimmer, da gab es eine miese Aktion bei Doom 3 Bei Doom 3 kommst du das erstmal in so ein Badezimmer, guckst in den Spiegel und auf einmal, ey, boah Da habe ich mich verjagt, das weiß ich noch Jungs, 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 ihr riecht ein bisschen, hat eure Mama nicht gesagt, ihr sollt im Sitzen pinkeln? Wie, du kannst nicht mehr im Sitzen pinkeln Das ist doch noch dein Arsch Widerlich, sowas auf der Toilette, was geht bei den Frauen hier? Oh, volle Erschreckung Oh, wieder volle Erschreckung Weg, 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 weg Da kommt er, ihr kleinen, dreckigen Viecher Ah, sie bewegen die Leichen Die Arschkampen Das ist ja widerlich, oder? Da bewegen die die Leichen So Alles nochmal nachladen Okay Ein Aufzug Im Aufzug war bis jetzt noch nie Gefahr Nicht, dass ich mich zu sehr darauf verlasse Aber ich freue mich schon auf Teil 2, auch wenn ich weiß, dass der nicht so horrormäßig drauf sein soll Sondern mehr actionreich Mir gefällt das Spiel sehr gut, muss ich sagen Gestern habe ich Dirt 3 Let's Played Beziehungsweise eine Stunde mitgemacht Solltet ihr euch angucken Das ist ein geiles Spiel Das hat mir richtig gut gefallen Aber bis jetzt hat noch keiner gesagt Alter, sowas harmloses wie Wasser Und ich kriege hier fast ein Oh Egal, was wollte ich sagen Dirt 3, genau Sieht fantastisch aus Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht Und ich hatte aufgefordert Wenn ihr mehr davon sehen wollt, sagt Bescheid Oh, hier Der Hannes ist da Isaac Wie schön, sie lebendig zu sehen Ja, ich bin ein geiler Typ Nimm sie mich nicht ab Die Luft ist faulig Ich habe es gesehen Es ist riesig Sie werden es nicht glauben Es hat sich im Lebensmittellager verschanzt Die Crew auf diesem Deck Ich glaube, sie sind es, die die Luft hier verpesten Sie werden transformiert Ich habe einen von ihnen gesehen Aufgedunsen, angeschwollen Das sind Giftfabriken Wir müssen sie ausschalten Solange wir noch atmen können Hammond Ich dachte, sie wären tot Gehen sie irgendwo hin, wo die Luft sauberer ist In ihrem Zustand sind sie Isaac, keine Hilfe Isaac Ich scanne jetzt den Sektor Er hat recht Da ist was mächtig Großes im Lebensmittellager Weil ich bekomme keinen guten Scan Die Monitoranzeigen sind unbrauchbar Sei bloß vorsichtig Gibt es mir wenigstens eine Waffe Penner Ähm Der Typ hier hinten drauf Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem von Ah, wie heißt es? Tanz der Teufel Oder Army of Darkness Wartet mal Ich muss mal kurz aufstehen Kleinen Moment, das muss ich euch mal zeigen Hab ich doch hier Hab ja schon mal erwähnt, dass ich so ein Nerd bin Kann man den erkennen? Oh Bist du eingestaubt Der hier Auf jeden Fall Noch besser erkennt man es glaube ich hier So ein nettes Movie Ding kriegt man nämlich auch dazu So Hab ich alles hinten in meinem Regal stehen Im Wohnzimmer ist es so uncool Wenn man erwachsen wird, dann muss das Spielzeug aus dem Wohnzimmer raus Und dann kommt es in so ein separates Zimmer So Genug Äh, weiter Aber so sieht der aus Ich weiß gerade Kempel, Kempel Irgendwas mit Kempel Steht das da drauf? Nein Kempel Was ist der Kempel? Du, Kempel Kann das sein? Nicht, dass jetzt jemand schreibt Hitler Kann das sein? Aber ich kann die Abschaffung nicht aufheben Du musst die Kasseln zerstören Damit die Luftqualität wieder annehmbare Werte erreicht Dann kannst du durchgehen und das Gist am Mediatern einsetzen So, hab ich eigentlich Zeit Damit ich weiß Ja, hab ich Und ne Amazon E-Mail gekriegt 4 DVDs für ein Apple und ein A So Sunny macht hier doofe Sachen Ist viel schlimmer Ich pult hier gerade an irgendeinem Plastik rum Okay Oh, meine Stimme ist weg Komm wieder Erst einkaufen, bevor es weitergeht Fuck you Was soll denn das? Ach, ich hab nur 7000 Tacken Irgendwas zum Oh Gott Irgendwas zum Verkaufen Hab ich nicht, ne? Wir haben echt nichts zum Verkaufen Kann ja nicht wahr sein Na gut Weiter geht's Sunny, könntest du damit aufhören? Das würde Uns allen weiterhelfen Jedenfalls wir hier Ich sollte wohl froh sein, dass Hermit noch am Leben ist Aber ich traue ihm nicht Ich glaube, er verheimlicht etwas Gegen des Markers Oh, da war was Oh, ich kriege mich wieder runter Naja, so toll kann es nicht gewesen sein Außerdem muss ich dann sowieso hier Oh, fuck Es macht nicht mehr so viel Angst Jedenfalls heute nicht Gestern ging's mir ein bisschen drittiger bei dem Spiel Muss ich ja zugeben Gucken wir uns doch mal so ein Vieh genauer an Also, da lebt irgendein Organismus drinnen, ne? Oder er isst einfach nur gerne faule Spaghetti Das ist doch schon wieder so ein Place hier, wo Wo man so richtig Bock drauf kriegt Abzumetzeln Oh, weg, 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 weg Oh, weg, 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 weg Nachland, weg, 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 Ach, wie niedlich. Da kommt er. Komm her. Musik ist wieder ruhiger geworden. Ein paar Papageien im Hintergrund. Du spinnst ja wohl. Einfach mal so zwischendurch mal einen hier langlaufen lassen. Ach, da kommt noch einer. Da kommen zwei. So, Munition gestartet, ne? Da war doch noch was. Alter, wie viele sollen denn da noch rauskommen? So lange, bis ich hier fertig bin, oder was? Oh, fuck. Ich dachte, so schnell ist er nicht. Oh, ja, Junge. Okay, ich hab's gecheckt. Ich muss mich beeilen. Ja, ich lauf hier schon. Ihr kommt hier endlos geil lang. Ihr seid scheiße. Lass mich rein. Hä? Ruhe im Puff, oder was? Junge, du hast da einen riesen Pickel auf dem Rücken. Ich sollte hier gar nicht rein, oder was? Hinter mir war was, hinter mir war was, hinter mir war was. Scheiße, ob die Kleinen, die rennen jetzt hier weg. Schlag controlen. Oh, fuck, 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 fuck. fuck, 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 fuck. 위 revel. alles cool achso ne da sollte ich noch raus alle schmitz nehm Das war's jetzt? Ebene 2 Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann Hier im Gewächshaus, da geht der Pank Er ist leider tot Ist hier überall, mal da, 1000 Credits, mal da, 1000 Credits Als ob alle, als sie anfingen, sich zu verwandeln, ihre Portmanais durch die Gegend gebrochen Ach, hör doch auf Oh, mein Handy So So, mein Handy hat gebimmelbammelt Normalerweise mache ich ja immer einen Cut bei Bei einer Speicherstation Kann ich das jetzt hier nicht? Ich soll da wieder zurück Dann machen wir jetzt einfach hier so einen Cut Äh, wir sehen uns im nächsten Video Also Leute, haut rein und bis der Ende Ciao, ciao Ciao